Letzte Saison jetzt. Ich wiederhole mich da mit der Ansage, aber das ist wichtig. Mittlerweile gibt es so lange Leute, die es irgendwie falsch verstanden haben. Die nennt sich NS Hardcore. Ich verstehe das nicht. Nazi Hardcore, weil ich dachte, das was wir machen, diese ganze Hardcore-Geschichte, das wäre so eine... Warte doch mal. Das wäre so eine weltweite Geschichte. Egal, wo du herkommst, deine Sexualität, alles scheißegal. Deine Sprache, deine Sexkultur, dein Stamm, der ihr recht habt, alles scheißegal. Und diese Leute meinen, sie wären Nazi Hardcore. Es gibt kein Nazi Hardcore. Es gibt nur einen Haufen von Idioten, die fehlgeleitet sind, die Nazis heißen. Aber es gibt kein Nazi Hardcore. Scheiß auf die Fans, scheiß auf Bosch mit diesen ganzen Leuten. Wenn sie Leute nicht irgendwo untermischen und zurücknotieren, pickt euch, man. Gibt's nicht. Hier seid ihr nicht willkommen. Das ist nicht eure Sache. Letzte Saison. Zero Tolerance. Wie man lässt das übernehmen, die neue Lieder. Komm doch, komm! Weltwandermin. Weltwandermin. Das war's. 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 Das war's.